Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian. Es ist Freitag, das heißt, wir müssen jetzt natürlich wieder über The Boys Staffel 3 sprechen. Und ja, leider Gottes sind wir beim Finale angekommen. Staffel 3 ist jetzt zu Ende, Episode 8 ist zu Ende und damit beginnt jetzt das große lange Warten auf Staffel 4, die ja wenigstens immerhin schon angekündigt wurde. Weil dieses Finale so viel zu bieten hatte, biete ich euch jetzt zwei Videos an. In diesem Video jetzt hier und heute will ich mit euch mal darüber sprechen, warum dieses Finale so grandios gewesen ist und warum dieses Finale auch so gut zeigt, wie gut Staffel 3 von The Boys einfach gewesen ist. Nächste Woche, wahrscheinlich dann so am Dienstag rum, will ich mit euch dann alle offenen Fragen besprechen, die man zu Staffel 3 noch haben könnte, die auch wichtig werden könnten dann für Staffel 4. Das heißt, jetzt reden wir so ein bisschen allgemeiner über Staffel 3. Nächste Woche reden wir dann ein bisschen ausführlicher und noch spoiler-belasteter über das, was uns in Staffel 4 erwarten könnte. Und wenn ihr es jetzt nicht abwarten könnt, The Boys irgendwie nochmal zu gucken und ihr Amazon Prime noch nicht habt, dann habe ich folgende Mitteilung für euch. Denn dieses Video wird euch gesponsert von Amazon Prime Video und natürlich The Boys Staffel 3. Wenn ihr also diese großartige, geniale dritte Staffel sehen wollt und natürlich auch die anderen beiden Staffeln und alle kleinen Mini-Spinoff-Serien, die dazugehören wie The Boys Diabolical, dann folgt einfach dem Link in der Videobeschreibung, holt euch euer Amazon Prime Video Abo und ihr könnt halt sofort loslegen. Loslegen, das machen wir jetzt auch mit dem großen Finale von Staffel 3. Das geht natürlich nicht ohne den ein oder anderen Spoiler. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Die achte Episode von Staffel 3 zeigt einfach nochmal für mich persönlich, wie gut geschrieben diese dritte Staffel doch gewesen ist. Die erste Staffel hat uns ja damals wirklich überhaupt erstmal in diese Welt eingeführt, hat uns die Seven vorgestellt, hat uns die Boys vorgestellt und hat aber auch schon gezeigt, okay, diese Serie ist halt einfach was ganz, ganz anderes. Hier werden uns Superhelden gezeigt, die eigentlich nichts weiter sind als Arschlöcher, die ihre Macht einfach ständig missbrauchen. Dann hatten wir Staffel 2, in der das dann alles so ein bisschen ausgebaut wurde und ich sag's immer so, ich bin immer noch ein großer Fan von Staffel 2, findet sie aber jetzt gerade auch im Vergleich mit Staffel 3 nicht ansatzweise so stark, weil gerade Staffel 3 baut hier wirklich nochmal sehr, sehr doll auf dem auf, was diese ersten beiden Seasons uns geliefert haben. Und der nach wie vor beste Beweis, warum diese Serie so unglaublich gut ist, ist tatsächlich der Homelander. Und Staffel 3 hat mit dieser Figur ja unglaublich viel gemacht. Als wir mit Staffel 3 angefangen haben, hatten wir einen ziemlich zerbrochenen, einen ziemlich kaputten Homelander, der ja wirklich immer noch mit diesem ganzen Stormfront-Debakel kämpfen musste, dessen Popularitätswerte arg im Keller lagen und der ja auch von Maeve und Starlight komplett erpresst wurde wegen diesem Flugzeugvideo. Und hier war ein Homelander eigentlich gefühlt schon an seinem niedrigsten Punkt, wo man sich schon gedacht hat, okay, wow, wie kann das hier noch mit ihm weitergehen? Und dann gab's ja diese TV-Show, in der er sich ja quasi emanzipiert hat. Kurz davor emanzipierte er sich ja auch von Annie, indem er gesagt hat, okay, ich will eigentlich lieber geliebt werden, aber wenn du dieses Video rausbringst, ist mir das auch total egal. Und das war halt so dieser Wendepunkt für einen Homelander, der hier auf einmal gemerkt hat, dass er doch sehr viel mehr Macht hat, als er sich eigentlich zugetraut hat. Das geht ja dann auch sogar so weit, dass er Victoria Newman ausnutzt, um Stan Edgar von seinem Posten als CEO von Wort zu stoßen. Damit ist dann ein Homelander innerhalb von dieser dritten Staffel auch einfach mal zum obersten Macker von Wort geworden, was für ihn natürlich ein weiterer Befreiungsschlag ist, weil Wort hat ihn immer noch irgendwo ein bisschen zügeln können. Jetzt hat er das alles nicht mehr. Dann wurde es ja kurz wieder so ein bisschen kritisch für ihn, als er diesen Kampf hatte gegen Soldier Boy und Butcher, wo er das erste Mal gemerkt hat, okay, fuck, mich können Leute tatsächlich in irgendeiner Form auch bezwingen. Ich bin vielleicht doch nicht so unantastbar, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und hier baut man einfach mit dieser Figur ständig Höhen und Tiefen auf. Und das ist so unglaublich gut. Und dann hatten wir in der letzten Woche diese Offenbarung, dass Soldier Boy der Vater von Homelander ist, was ja auch einfach mal für Homelander bedeutet hat. Okay, ich habe auf einmal doch eine Familie. Jahrelang hat man mir gesagt, man hat mich einfach in irgendeinem Labor gezüchtet. Jetzt habe ich einen Vater. Jetzt im Finale sehen wir dann auch direkt, dass er auch noch seinen Sohn zu sich holt. Und das sind natürlich hier alles Entwicklungen, die hier ein Homelander nur in dieser dritten Staffel durchläuft, die wirklich fantastisch sind und die einfach auch zeigen, wie gut dieser Charakter geschrieben und auch von einem Anthony Star einfach gespielt ist. Und das sind hier jetzt auch Ereignisse, die einen Homelander gerade für die Zukunft von The Boys auf eine ganz, ganz andere Ebene setzen. Weil er hat nicht mehr das Hindernis durch Ward. Er ist jetzt Ward. Er ist nicht mehr gebunden an die Seven, weil die gibt es ja de facto nicht mehr. Und er baut sich jetzt hier einfach sein ganz, ganz eigenes Ding auf. Und der erschreckendste Moment findet ja dann hier im Finale ganz zum Schluss statt. Er stellt der großen Masse an Demonstranten, die halt für ihn sind, Ryan vor. Und damit haben wir hier schon mal so den nächsten Homelander, den Homelander 2.0 mit Ryan, der ja jetzt hier dann offensichtlich auch sehr gefallen an seiner neuen Rolle findet. Und wirklich krass wird es, als Homelander in diesem Augenblick einen Anti-Homelander-Demonstranten vor allen Leuten einfach killt. Das waren in früheren Staffeln immer so seine Fantasien, sobald da irgendjemand nur laut wurde. Aber er hat es halt nie gemacht, weil er sich immer noch zurückgenommen hat. Jetzt lässt er hier komplett los, killt diesen Typen und die Leute feiern ihn dafür. Das heißt, Homelander ist vom kleinen armen Würstchen, was er irgendwie am Anfang von Staffel 3 gewesen ist, jetzt wirklich zu einem kompletten Tyrann geworden. Also der kann jetzt alles machen und der wird wahrscheinlich auch alles machen. Das Schlimme ist halt, dass er jetzt Ryan immer noch an seiner Seite hat. Das Traurige für ihn dürfte natürlich auch sein, dass er seinen Vater verloren hat, weil der sich ja am Ende dann doch gegen ihn gestellt hat. Aber ein Homelander hat ein ganz, ganz neues Selbstbewusstsein allein durch die Ereignisse in Staffel 3 bekommen. Und das wird verdammt, verdammt gefährlich. Und das macht für mich Homelander zu einem der besten Serienschurken, den wir im Augenblick überhaupt irgendwo in irgendwelchen Serien zu finden haben. Gerade weil man ihn uns auch an seinen schwächsten Momenten zeigt, an seinen stärksten Momenten und alles dazwischen. Und natürlich hasst man ihn irgendwo, aber man hat auch immer noch so ein bisschen dieses Gefühl, vielleicht ist da in ihm irgendwie was noch, was man aktivieren könnte, damit er vielleicht doch noch zum Guten wird. Erinnert euch an dieses Spiegelgespräch zwischen Homelander und Homelander, wo der Spiegel Homelander zu ihm sagt, das Einzige, was wir aus dir noch ausmerzen müssen, ist deine Menschlichkeit. Das heißt, irgendwo ein Homelander ist noch diese Menschlichkeit. Aber durch die ganzen Ereignisse von Staffel 3 sehen wir mehr und mehr, wie er die wirklich verliert. Sein Ego wird einfach höher und höher und höher. Und das wird einfach wahnsinnig, wahnsinnig gefährlich. Da bleibt dann natürlich auch immer noch so ein bisschen die Frage, kann man ihn jetzt irgendwie noch stoppen? Wie wird man ihn stoppen? Aber darüber rede ich, wie gesagt, in dem nächsten Video, wo wir dann so ein bisschen darüber reden, wie geht's in Staffel 4 weiter, wie geht's in den kommenden Staffeln weiter. Kommen wir jetzt aber mal weg von Homelander hin zu dieser Gruppe von Superhelden, den Seven, die uns ganz am Anfang von Staffel 1 als das Größte und Beste überhaupt vorgestellt worden sind, bis wir hinter die Kulissen geblickt haben und gesehen haben, okay, Autsch, das ist ganz schön mies. Und die Seven gibt es ja jetzt de facto nicht mehr. Annie und Maeve haben sich komplett von denen getrennt, gehen jetzt ihre eigene Wege. Annie wird ja am Ende von Staffel 3 sogar auch ein Mitglied der Boys und Maeve verliert dadurch, dass die Soldier Boy stoppt, ihre Kräfte und versucht jetzt irgendwie ein neues Leben anzufangen, was ich ihr auch wirklich wahnsinnig gönne. Ich bezweifle aber, ob sie dieses Leben wirklich so finden kann, weil wir sind hier bei The Boys und da wird es immer noch irgendwie heftig zur Sache gehen. Dann haben wir die ganze Dieb-Nummer, der sich ja hier mehr und mehr zum Lakaien von Homelander machen lässt. Er hat jetzt allerdings auch seine Frau Cassandra verloren, die direkt dann auch zum Gegenschlag ansetzt und vor laufender Kamera sagt, okay, ihr kennt den wahren Dieb gar nicht. Ich kenne ihn und werde euch jetzt zeigen, wer er wirklich ist. Das könnte natürlich auch zusätzlich nochmal für Dieb eine ziemlich große Komplikation geben. Aber Dieb ist quasi immer noch so der einzige, den Homelander eigentlich hat, weil Black Noir war in dieser ganzen dritten Staffel so beschäftigt mit den Geistern seiner Vergangenheit und der Tatsache, dass er Homelander verschwiegen hat, dass Soldier Boy sein Vater ist. Das hat ihm am Ende auch das Leben gekostet. Das heißt, auch ein Black Noir ist einfach mal weg. Und A-Train ist sowieso gerade in seiner ganz eigenen Sphäre. Und bei A-Train wird es halt auch wirklich noch interessant, wie er sich entwickeln wird. Weil A-Train ist jetzt auch nicht mehr so wirklich relevanter Teil dieser Seven. Und am Ende sagt ein Homelander das ja auch, ich brauche euch alle nicht mehr. Man hat euch mir quasi untergestellt und ich musste mit euch irgendwie was anfangen, aber ich brauche euch nicht mehr. Und dass wir diesen Bruch der Seven haben unterstreicht einfach nochmal nur auch diese erschreckende Emanzipation eines Homelanders, der jetzt nach Staffel 3 wirklich sein eigener Heer ist und damit verdammt verdammt gefährlich wird. In diesem Sinne haben die Boys selbst eigentlich irgendwo auch so ein bisschen das erreicht, was sie damals in Staffel 1 angefangen haben, nämlich die Seven nach und nach zu zerstören. Das Problem ist nur, in ihrem ganzen Kampf haben sie Homelander eigentlich nur noch stärker und unberechenbarer gemacht. Weil ohne die ganzen Seven, ohne Wort gibt es niemanden mehr, der Homelander wirklich kontrollieren kann. Und die Tatsache, dass er jetzt Ryan unter seine Fittiche genommen hat, wird auch für einen Billy Butcher nochmal sehr viel schwieriger. Und damit kommen wir mal auch zu den Boys selbst. Weil was Staffel 3 auch wirklich großartig gut gemacht hat, ist diese komplette Gruppe erst einmal komplett auseinander zu nehmen, damit sie dann am Ende wieder zusammenwachsen. Und das ist ja ohnehin immer so das, was man in diesen ganzen Heldenreisen wirklich gut gebrauchen kann. Was einfach auch gutes Storytelling ist, wenn der Held oder in diesem Fall halt die Helden wirklich erst mal zerbrochen werden durch ihren Weg hin zu ihrem Ziel und sich dann irgendwie wieder zusammenraufen müssen. Wir hatten diese ganze Billy Butcher-Hughie-Geschichte, wo wir jetzt auch hier in Staffel 3 erleben, dass er Hughie ja wirklich irgendwo als Ersatz für seinen Bruder Lenny ansieht. Jetzt im Finale haut er ihn ja sogar um, weil er ihn eigentlich davor schützen will, dieses temporäre V zu nehmen, was ihn umbringen wird. Und überhaupt ist Butchers Rache-Durst, der ihn ja dann auch mehr und mehr dazu bringt, sich in diesen Superkräften zu verlieren, der große Punkt, warum diese Gruppe mehr und mehr auseinandergefasert ist in Staffel 3. Und auch das ist wahnsinnig spannend, weil wir einen Billy Butcher erlebt haben, wie er gefühlt selbst mehr und mehr zu einem Schurken wird, wie er eigentlich zu dem wird, den er hier jagt, nämlich Homelander. Aber zum Glück finden die ja am Ende alle irgendwo wieder zusammen. Und auch ein Billy Butcher muss erkennen, dass er es alleine einfach nicht schafft, sondern diese Leute hier braucht. Und da ist Hughie natürlich ein großer, großer Bestandteil für ihn. Auch sehr, sehr schön, dass er hier wieder irgendwie zu Annie findet, dass Annie jetzt halt wirklich Teil der Boys wird. Wir haben dann diese ganze Frenchie-Kimiko-Geschichte, die auch wirklich sehr schön nochmal gezeigt hat, wie die beiden sich hier entwickeln, dass sie wirklich erkannt hat, okay, es ist meine eigene freie Entscheidung, dass ich dieses V haben will, weil ich hier meine Familie beschützen möchte. Und natürlich auch eine sehr, sehr spannende Geschichte dreht sich hier dann um MM, der in den vorherigen Staffeln zwar immer ein cooler Bestandteil der Boys gewesen ist, aber jetzt durch Staffel 3 mit einer Hintergrundgeschichte ausgebaut wird, bei der man sich eigentlich fragen müsste, okay, MM, warum bist du nicht genauso geworden wie Butcher? Zum Glück hat MM ja eben noch sowas wie seine Ex-Frau, aber er hat sowas wie seine Tochter Janine, mit der er sich ja jetzt im Finale auch so ein bisschen näher kommt, der er erzählt, hier, das ist meiner Familie passiert, das ist deiner Familie quasi irgendwo auch passiert und deswegen bin ich so, wie ich bin. Das ist hier so ein wirklich schöner Charakter-Arc auch nochmal für diesen Typen gewesen. Und es ist für ihn natürlich auch so ein bisschen schade, dass er diese Rache nicht hatte ausleben können, aber Soldier Boy ist ja irgendwo immer noch da draußen, das mag alles noch kommen. Ja und damit haben wir jetzt mit Staffel 3 eigentlich einen großen Run an sich abgeschlossen, der die Karten aber direkt für Staffel 4 nochmal komplett neu mischt, weil die Verhältnisse sind jetzt im Vergleich zu dem, was wir in Staffel 1 hatten, ganz, ganz andere. Die Seven existieren nicht mehr, die Boys haben sich wieder zusammengerüttelt, sind sogar auch noch ein bisschen stärker geworden, eben gerade auch durch die Tatsache, dass Annie jetzt offiziell wirklich mit dabei ist. Wir haben einen Homelander, der noch nie gefährlicher war als jetzt. Das sind alles Dinge, die in Staffel 4 unglaublich wichtig werden. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass eine Victoria Newman jetzt die Kandidatur angenommen hat, um Vizepräsidentin zu werden, auch das wird nochmal wahnsinnig, wahnsinnig gefährlich und könnte einem Homelander natürlich gut in den Kram passen, wie das hier alles am Ende funktionieren wird. Darüber reden wir dann aber, wie gesagt, in einem separaten Video, das dann nächste Woche kommen wird. Jetzt frage ich an dieser Stelle aber natürlich erst mal euch, wie hat euch dieses große Finale von Staffel 3 gefallen? Was sagt ihr zu diesem coolen Kampf zwischen Soldier Boy, Homelander, Soldier Boy, Butcher? Das war ja hier wirklich ein ziemlich geiles Hin und Her. Wer gegen wen kämpft? Wieso? Wer gegen wen kämpft? Und das hat echt Spaß gemacht und einfach nochmal gezeigt, ja, diese dritte Staffel ist wirklich absolut fantastisch gewesen. Deswegen schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, was ihr von Staffel 3 und gerade diesem Finale haltet. Und für mehr Videos zu The Boys klickt einfach auf eins von diesen hier. Und für mehr Videos zu The Boys klickt einfach auf eins von den Kram.